so hallo herzlich willkommen freunde des horrors von resident evil ich habe jetzt ein bisschen schlau gemacht weil ich habe immer dumm gesucht aber nicht viel so jetzt einmal hat dass ich wegen weiter kämen als uns wieder bläder hat die nehmen somit ist holz passe ich habe auch keine ahnung wenn ich das ausspricht und das feuerzeuge haben wir es dann natürlich soll und so vieles mitkriegt heißt es glaube in anführungszeichen nur akkorden oder die kann mir schon ziemlich weiterhelfen und ich habe noch etwas gelernt man kann die zum bis ort senden so eine karte von der villa ja da her aber das habe ich ja schon gehabt das hilft mir auch nicht viel da ist nur ups na da ist nichts mehr so du kannst dir nur schau unten rechts rechts so vorher holen wir nichts und zwar den blauen edelstein da kriege ich nämlich einen schrotmohn mehr weiß ich nicht mehr weiß ich nicht mehr ich hätte mir gedacht die karten bringt mir ein wenig mehr soll ich mir den jetzt mitnehmen einen treibstoff ach da haben wir noch mal einer halt da muss ich jetzt sowieso erst einmal hinfinden ich habe keinen blassen schimmer wo das ist ich weiß zwar wo wenn ich dort bin aber bis dass ich da hinkomme so wo bin ich jetzt da da ist blau gell also beziehungsweise grün da muss ich da ist der blöde zombie oder ich muss mich zuerst wieder orientieren weil ich habe jetzt schon einen tag nicht mehr gezockt und alter fahrer hell das ist ja eher der deb da hau ich wieder ab der macht mich fertig da glaube ich habe ich schon mal geschaut jetzt letztes mal oder vorletztes mal oder vorvorletztes mal da ist da meine ich stehe so da gehen wir mal da führen das war scheiße das war scheiße na das passt schon da so, jetzt wieder rum ich kann da jetzt noch mal schauen, das sind zwei verschiedene gangen, ja das ist aber wurscht da mag ich eh her Geweide he die mach ich jetzt fertig, das weißt du schon he so, das mag ich jetzt testen ob ich den anzeigen kann, das Arschloch Geweide he bin ich, Warnung so da da schau ich jetzt noch mal ein nur zwingste Orientierung wegen der der Tier die ist verschlossen, von der anderen Seite yes da ist aber noch etwas was ist noch da liegt etwas ja jetzt jetzt ist das auch klar so jetzt gehe ich aber da wieder aus ich sehe ist der jetzt verbrennt yes so das muss es weißt also Böern, baby, Böern. Ach, geh weiter, hey. So. Fick die doch, du Arschloch. Ist da keiner Sinn drin? Please. Na, ich sehe gleich doch was. Mann, Mann. Wo geht's denn da hin? Vielleicht mag ich da eh her. Wo geht's da hin? Da muss ich nicht ein. Da muss ich nicht ein. Dann ist das wohl anders. Dann geht's da rein. So. 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 weil ich wahrscheinlich nur einen Edelstein einsetzen kann. Den will ich noch nicht haben. Naja. Ja. Da komme ich ein. Da komme ich schon ein. Und was ist jetzt da? Ah der Scheiß. Und was ist jetzt da? 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 Und was ist 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 da? Und was? Und was ist da? Und was ist da? ja eigentlich doch was ein schicken kina vorher so jetzt hat oh ja es funktioniert so das tue ich mal auf kreia das schaut schon anders aus nicht das tue mir freut bis jetzt hier oder was es dann doch du hörst oh ja this is Korea da ist sonst nix na oh cool jetzt geht mir gerade mal eine Arne boah feckte he ich mich jetzt geschreckt he ich sichere jetzt das Swift OS 6 que bei der hell so jetzt drüber die Fortpandlei soll ich mir eine Heilung mitnehmen nein ich glaube das kann ich schon mein laptop der bloßt und bloßt er hat überhaupt nichts zu tun außer das aufgereicht und das macht er ihm so zu schaffen dass er es zu spät ist ich muss zurück k Ja. Ja. So was für eine ... Okay, dann ist die da. Was? Doch nicht so, aber die da. Okay. So, Scheiß. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt da erkannt. Ich glaube, wenn ich da rumgehe. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich weiß nicht mehr. so und jetzt jetzt bin ich gleich oh man 33 Minuten ich suche jetzt Offscreen weiter, weil ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hingehen sollte wenn ich nichts finde, dann mache ich mich schlau und dann würde ich sagen dann starte ich die Aufnahme wieder weil ich schneide, ich nix jetzt mag ich aber nochmal geschwinn schauen ob ich in der Box irgendwas interessantes hätte fangen wir mal von unten da ist nix das defekte Gewehr das weiß ich auch nicht da geht mein Eibs ab das weiß ich auch nicht keine Ahnung ja, ok wie gesagt, also haubert wäre